Ich schicke euch hier mal Freundschaftsanfragen. Oh ja, erhalten, erhalten. Mein erster Freund. Wie kann ich die denn annehmen? Ich glaube, du hast ein anderes Haus, oder? Du bist unsichtbar. Oder ich bin blind. Also, Letzteres ist nicht ausgeschlossen. Ich werde immer ganz schnell ein wenig Blattwerk vor die Charme-Region hängen. Ja, ich glaube nicht, dass dir hier jemand ans Gemächt möchte. Ich glaube, wir wollen viel mehr von dir. Ich sage halt, nimm diese Kleidung. Ich will deine Nacktheit stoppen. Straßenbauamt könnt ihr hier mal wieder tätig werden, finde ich. So, Achtung, hier schmeiß ich mal Kleidung auf den Boden. Hier auch noch was. Hier ist ein Hoberteil. Okay. Ich schrapp dir das hier alles. Halt hier, Mann. Es ist für Weihnachten. Oh, shit, weg hier. Kommt, wir gehen. Kommt, wir gehen. Du solltest jetzt andere Prioritäten setzen. Ja, wir werden sowieso nicht drumherum kommen, irgendwie eine Kiste irgendwo hinzustellen. Und dann wollen wir mal schauen. Und dann war irgendwie... Oh, ich dachte gerade, das ist einer von euch. Hilfe, Hilfe, ich brauche Hilfe, 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 Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh, bist du, bist du? Oh, weiß ich gar nicht. In der Küche war ich. In der Küche und da traf ich natürlich... Oh, war das gemein. Hey, du hast meine Schuhe, oder? Ja, die habe ich mir einfach gegönnt. Hey, das ist mein Friseur. Willkommen die Turnschuhe, die du vorher hattest? Einen Blasebalg könnten wir sogar bauen. Echt? Hier einmal Leder noch und kurzes Eisenrohr. Heute haben wir eh. Cool. Cool. Oh nein, ne horde wilde Hunde, ne horde wilde Hundekinder, ich mach hier ganz schnell irgendwie. Kannst du schon reinkommen? Ja ne, ich bin drin, ich bin drin, ich hab nur ein bisschen übertrieben, um den Ernst der Rituration zu unterstreichen. Soll ich dir mal in den Popo hauen? Mach das, mach das. Ich will hier rote Hose haben. Wir haben noch Papier gefunden, wir können heute mal aufschreiben, welche Stärken auch der John hat. Danke. Genau. Dafür brauchen wir kein großes Stück Papier, oder? Nein. Ich brauch gar kein Papier. Gibt's nix. So. Jetzt muss ich aber weg. Oh, das war aber jetzt böse. Ich glaub ich hab mir ein Bein gebrochen, Kinder. Ich bin mir ein Bein gebrochen. Irgendwo war ne Schiene. Das ist aber geil. Das ist ein Rückenhaus. Okay. Also, kleinen Tipp hab ich grad bekommen. Wenn ich so ne Leiter baue, dann soll ich das unterste Stück wegschlagen, da kommen die Zombies nicht die Leitern. Das ist schon mal ziemlich gut zu wissen. Ah, aber wir schon. Okay. Ja, wir können ja sprengen. Einmal sprengen, das ist genau. Cool. So, ihr Lieben. Bin da. Jetzt hör ich auch zu. Mhm. Hallo. Hallo. Hallo Ori. Hallo Robert. Ja. Was machen wir denn hier grad eigentlich? Wo sind wir hier und was machen wir hier eigentlich? Ich hab jetzt leider nicht aufhundert lesen. Also. So. An denjenigen, der diese Notiz findet. Freund, das Ende ist nah. Ja. Ja. Schmerzschild. Oh Freunde. Das ist wirklich Geschmacks. Eine Brücke. Der hält nicht an. Ich mein, so ne Brücke, die stellt man ja nicht hin, wenn man irgendwie zwei Scheißhäuser miteinander verbinden möchte. Da möchte man ja schon irgendwelche größeren Ortschaften miteinander verbinden. Und eventuell. Na? Ich weiß auch jetzt, dass das kleine Weiß-Geräusche war. Wow. Wow. Ja. Gut, dass sie sich weiter... Was macht sie denn da? Ich schau dir das an. Ist das lustig? Ist das lustig? Ist das lustig? Ist das lustig? Ja. Jetzt war's nicht mehr so lustig. Okay. Ich bin schön. Ich muss es nicht mehr so lustig. Ich kann das lustig. Ich muss es nicht mehr so lustig.